Andi, 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 ich muss sonst so auf die Straße mit der Maschine. Oh, was ist das? Schiss! Ich hatte überhaupt keinen Schiss, bitte. Brück da immer noch rum. Du auch hier. Ich hoffe, dass es stricte Regeln gibt, die werden zu verabschieden, und die, mit dem Landmine, die 20. Jahrhundert ist, die 20. Jahrhundert. Dass versucht wird, bevor es überhaupt zu solchen schrecklichen Untaten kommt, die Verhältnisse in den Ländern zu schaffen, wo Kinder-Sex-Tourismus stattfindet. Aber es betrifft natürlich auch unser eigenes Land, wo leider zum Teil Eltern und gerade Betreuungspersonen mithelfen, dass Kinderpornografie möglich ist, dass Kindern in diesem Zusammenhang im wahrsten Sinne des Wortes ihr Leben gestohlen wird. Sovien 디gänzat In jupote Gräsmges apple Du, lu, 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 lu diese combine Sen Aberte Martin around the world of the most brutal, the most savage and disgusting category of crime, commercial sexual abuse and exploitation of children. The plague of child prostitution and pornography and the sale of and trafficking in children has increased dramatically in the last few years. To abuse our children is to abuse our future.